Ach, wehe, meine Mutter reißt mich ein, Da hab ich Stein auf Stein zu mir gelegt Und stand schon wie ein kleines Haus, Um das sich groß der Tag bewegt, So gar allein. Nun kommt die Mutter, Kommt und reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut, Sie sieht es nicht, daß einer baut, Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein, Ach, wehe, meine Mutter reißt mich ein. Die Vögel fliegen leichter um mich her, Die fremden Hunde wissen, das ist der, Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, Mein langsam mehr gewordenes Gesicht. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind, Sie lebt nicht dort, wo die Lüfte sind, Sie liegt in einem hohen Herzverschlag, Und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Ach, wehe, meine Mutter reißt mich ein. Diese Klage über die Mutter, die das Leben des Sohnes nicht akzeptiert, gilt als biografisch, also auf Rilkes Mutter, Fia Rilke, bezogen. Er hat es drei Tage nach einem Besuch von ihr, dem er sich mehr oder weniger durch Flucht entzog, geschrieben. Wahrscheinlich kennt jeder ab einem bestimmten Alter wenigstens die Sorge oder hatte den Verdacht, daß die eigene Lebensvorstellung keinen echten Bestand vor den Ansprüchen der Eltern hat. Ob darin eine Mutter noch mal was Besonderes ist, mag jeder selbst mit sich ausmachen. Tatsache ist, daß Rilke zu der Zeit, als er 40-jährig das Gedicht schrieb, kein Vater mehr hatte. Da habe ich Stein auf Stein zu mir gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Der Sohn bezeichnet sich selbst als kleines Haus, das er darstellt. Es kann sogar allein stehen. Groß ist das Leben, in das sich klein dieser einzelne Mensch eingebunden fühlt. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Sie sieht es nicht, daß einer baut. Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein. Nein, ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Dieses Bild vom eingerissenen Haus sagt fast noch mehr über den Sohn aus als über die Mutter. Nun gut, sie akzeptiert also nicht seine Art zu leben. Wenn sie aber nur, indem sie einen Blick auf dieses Leben wirft, dieses praktisch zu nichts machen kann, so wie sich die Hauswand vor ihr praktisch in Luft auflöst, dann doch eigentlich, weil der Sohn sich in diesem Moment den Blick der Mutter auf sein Leben zu eigen macht. Sein kleines Haus ist sein Dasein und seine Anerkennung als Dichter, die er schon in größeren Teil seiner bedeutenden Werke geschaffen hat. Der gnadenlose Blick der Mutter legt offen, daß er sich davon keine materielle Existenz aufbauen konnte und davon lebt, daß ihn Gönner und Verehrer über Wasser halten. Die Vögel fliegen leichter um mich her, die fremden Hunde wissen, das ist der. Je tiefer man in das Gedicht eintaucht, desto weniger bleibt es beim Eindruck, daß der Mutter ihr Verhalten dem Sohn gegenüber zum Vorwurf gemacht wird. Das, was er der Mutter entgegensetzt, sind nämlich sehr zweifelhafte Fürsprecher. Vögel und fremde Hunde, also Wesen, die nichts von gesellschaftlicher Stellung wissen. Vor Menschen fühlt er sich in diesem Moment offenbar auch wertlos. Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, mein langsam mehr gewordenes Gesicht. Wenn dies aus der Sicht eines 17-Jährigen geschrieben wäre, dann wäre es ein typisches Coming-of-Age-Problem. Als 40-Jähriger von einem langsam mehr gewordenen Gesicht zu sprechen, also von einer mittlerweile etwas gereiften Persönlichkeit, ist dann aber doch verdächtig bescheiden. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind, sie lebt nicht dort, wo die Lüfte sind. Die ersten drei Strophen ließen sich noch als verallgemeinerbare Erfahrung lesen oder auch letztlich als ein Gericht über sich selbst im Spiegel des mütterlichen Blicks. Jetzt, in der letzten, wird die Mutter und ihre Beziehung zum Sohn konkreter. Liebevolle Kommunikation, einen warmen Wind, kennt er von ihr nicht. Und das Leben des Sohnes, wo die Lüfte sind, also abgehoben vom unpoetischen Materialendasein, ist ihr fremd. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Ganz zum Ende kommt es doch noch zu einem Gegenschlag, der allerdings die Mutter allgemein charakterisiert, ohne Stellung zur konkreten Auseinandersetzung zu beziehen. Sie ist also in ihrem hohen Herzverschlag von sich und der unverrückbaren Richtigkeit ihrer Einstellungen eingenommen und offenbar von einer selbstgerechten Frömmigkeit, die fast etwas von einer pseudoerotischen Frömmelei Christus gegenüber hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!